Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem WBWL-Spiel der Fraport-Scheinernis-Walter-Tagers-Kübingen. 5.002 Zuschauer, eine ausverkaufte Fraport-Arena sahen ein 96 zu 89 Erfolg der Gastmannschaft in Verlängerung, Nachverlängerung. Links von mir sitzt Igor Ferrovic, Trainer der WBWL-Spieling, wenn ich nun unseren ersten Kommentar zum Spiel bitte. Vielen Dank. Erstmal, guten Abend. Es war ein sehr schwieriger Spiel für beide Team. Frankfurt war ein wichtiges Spiel für den Spiel. Für uns war es, ich habe gesagt, die Spielern vor dem Spiel, dass wir nicht für den Spiel. Wir können nicht die Liga verlassen, aber wir spielen für den Outcry. Das ist die wichtigste Spiel. Ich glaube, ich habe mich zu begrüßen, und auch zu begrüßen, auf beide Team. Ich glaube, das Spiel war gut. Das Spiel war sehr gut. Das Spiel war sehr gut. Wir haben uns zu sehen. Wir haben uns die Liga in der vierten Kunde. Wir haben uns die Liga in der vierten Kunde. Wir haben uns die Liga in der vierten Kunde. Ich bin schwer! Wir haben uns wirklich auf den 3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4. Wir haben uns die Liga verheilend. Wir haben uns mal auf der Prüfung welche? Ich glaube, dass jemand 28 oder 29 freerträume ist und das ist wirklich ein tolles Mal. Ich glaube, wir kontrollieren die Davidson, der ist ein sehr wichtiges Spiel für Frankfurt. Ein tolles 1-1-1 Spiel, aber wir machen ihn aus dem Team, das war unser Ziel. Wir versuchen, ihn zu stopfen, 1-1-1 zu stopfen. Aber wir können nicht zu stopfen McKinney. McKinney ist wirklich sicher, dass er ein tolles Spiel, und einer der besten 2-2 in der Liga ist. Einmal wieder, ich wünsche mir, dass Frankfurt alle besten in diesem Spiel, für den Platz und für den Rest des Saison. Wenn sie einen Platz haben, dann werden sie alle besten in der Liga. Vielen Dank. Herr Spahn? Ich bin ein Trainer der Fliegermannschaft. Wenn Sie wissen, dann bitte ich Musiker zu Ihnen und in seinen Kommentar zu spielen. Herzlichen Dank. Dann haben wir wieder. Ich bin einiger Punkt. 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 Das war die Fliegerin nicht. Sie haben auf der Fliegerin 61 Prozent von der Fliegerin. 81 Prozent, sie haben auf den Fliegerin 57 Prozent. Das war die Fliegerin nicht zu spielen. So, wenn du nicht in der Gegend, wenn du in der Gegend, wenn du in der Gegend spielst, dann wirst du nicht. Wir haben unsere Chance, wir sind in drei Punkte. Wir lassen sie auf drei. Wir haben die letzte Ball. Wir haben diese Möglichkeit. Und ich denke, in der Zeit, sie haben mehr Fisch-Legs als wir. Einige von unseren Mann waren zu schwer. Und wir haben ihn verletzten. Natürlich sind wir sehr verletzten. Aber das ist das. Man kann es nicht ändern. Können Sie uns etwas über Michael Thompson sagen? Was ist das Problem? Wie Sie wissen, wir haben immer etwas. Wir haben heute in der Praktis, in der Praktis war, nah an Ende der Praktis war. Wir hatten ein paar Hände in der Schombier. Es sieht nicht gut aus, aber es war sicher nicht in der Situation, in der man kann es spielen. Wir gehen für den MRI, und sie wissen mehr über dich. Aber es sieht nicht gut aus. Es geht also. Es gibt ein paar Hände in der Schombier mit einem Mann. Der Schombier ist voll mit einer Phase. Wir haben ein paar Hände zu spielen. Also können wir mit einem Hände zu spielen. Was können wir machen? Das ist ein Teil der DNA dieser Reiheizung dieser Stimmung. Manchmal passiert Dinge strange und man fühlt sich schon, dass wir die ganze Team haben, dass plötzlich etwas passiert. In der letzten Spiel in Twitter, Joe war 6, jetzt haben wir Mike. Es ist immer etwas, aber ich will nicht darüber sprechen, weil ich gelernt habe, dass ich mit dem Spiel leben. Es ist sehr knapp, in der Mitte der Ranking in der Liga. Sie diskutieren Sie mit deinem Team vielleicht die Möglichkeiten? Wir haben nie darüber gesprochen. Erstens, ich weiß, dass die Spieler die Liga sehen und sie verstehen, dass sie die Situation kennen. Aber es gibt keine Probleme zu sprechen. Sie müssen spielen und gewinnen. Es gibt keine Probleme. Wir haben ein Spiel, in der wir müssen gewinnen. Wir haben eine Chance. Wir können wir besser spielen als wir heute. Much besser, in meiner Meinung nach. Aber wir hatten eine Chance, dass wir gewinnen. Und wir haben nicht die Spiel. Das ist etwas nicht gut. Es passiert uns nicht die erste Mal. Aber die Spieler versuchen sehr, sie versuchen zu geben. Es war nicht leicht, zu kommen, von minus 14, in der letzte Partie des Spiel. Aber es sieht, dass sie kommen, die Energie von den Spielern zu haben, um die Spielern zu enden. Ich verstehe, dass er die Kontrolle von Davidson sehr gut ist. Ist das auch deine Meinung? Oder ist das auch TNA von Davidson? Erstmal musst du ihnen von dem Kredite, weil sie das Spiel haben. Aber von der wissen, dass Jamalian total auf Jamalian ist. Die totalen Spiel haben wir uns so viele gute Sachen. Natürlich sind wir überraschend, aber es kann passieren, dass wir ein schlechtes Spiel spielen können. Was kannst du tun? Es ist wie, niemand spielt. Jedes Mal gibt es diese beste Leistung. Aber ich denke, Jamari weiß es selbst. Ich denke, das ist ein schlechtes Spiel.